Wenn du heute eine Tat machst, wirst du sie morgen bei Allah subhanahu wa ta'ala wiederfinden. Und ich wundere mich über viele Muslime, wenn sie dieses verinnerlicht haben, dass sie die Taten, die sie heute machen, morgen bei Allah subhanahu wa ta'ala wiederfinden, dass sie so wenig an guten Taten machen. Es gibt Leute, die glauben nicht an Allah subhanahu wa ta'ala und an den jüngsten Tag. Man könnte verstehen hier, warum diese Leute nicht danach streben, Gutes zu tun. Aber jemand, der sagt, er glaubt an Allah und den jüngsten Tag, hier ist es sehr schwer verständlich zu glauben, zu wissen, warum diese Person so wenig an guten Taten macht. Und das ist wallahi unverständlich, liebe Geschwister.